Gesprächsrunde der GAZ zur Bürgermeisterwahl. Zu einer öffentlichen Gesprächsrunde im Bürgerhaus Rotheim trafen sich am Sonntag der amtierende Biberthaler Bürgermeister Thomas Bender und seine Herausforderin Ute Koch. Die Gießener Allgemeine Zeitung hatte vor dem Hintergrund der Bürgermeisterwahl am 4. September dazu eingeladen. Deren Redakteure Norbert Schmidt und Rüdiger Soßdorf moderierten vor über 100 Zuschauern die gut zweistündige Veranstaltung. Mein Name ist Thomas Bender, ich bin 53 Jahre alt, von der Ausbildung her bin ich Diplomkaufmann. Ich bin ein altes Biberthaler Gewächs, ich wohne seit 53 Jahren, das heißt mein ganzes Leben hier in Biberthal. Das Wahlprogramm besteht im Prinzip darin, dass wir versuchen werden, die Biberthaler Infrastruktur möglichst zu erhalten. Hier sind vielfältige Dinge unter Beteiligung der Bevölkerung notwendig. Das wird zum einen im Bereich der Sporthallen sein, es wird auf der anderen Seite auch im Bereich der Nahversorgung werden wir stärker auf ehrenamtliche Konzepte setzen müssen und werden auch das Thema der Breitbandversorgung entsprechend in der Zukunft voranbringen müssen. Überall dem steht die Konsolidierung des Haushaltes. Liebe Biberthalerinnen und Biberthaler, mein Name ist Ute Koch, ich bin die Bürgermeisterkandidatin der SPD. Mir geht es darum, Biberthal zukunftsfähig aufzustellen und es gibt hier einiges zu tun. Insbesondere, wenn man daran denkt, dass die kommunalen Finanzen leider nicht so aufgestellt sind, dass man aus dem Vollen schöpfen kann. Deshalb muss man Kreativität zeigen, um mit den wenigen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, auch tatsächlich was Vernünftiges anzufangen. Wichtig ist mir, dass vor allem die Infrastruktur erhalten bleibt. Wir wollen, dass die Bürger sich in Biberthal wohlfühlen, dass sie versorgt sind, dass sie Arbeit finden und dass sie auch ihre Freizeit genießen können. Deswegen sind auch Einrichtungen wie das Hallenbad und natürlich auch Lebensmittelmärkte in den Ortschaften sehr wichtig. Ich bin mit meinem Vater, der so kulturgeschichtlich interessiert war, immer mal auf dem Dünsberg gewesen. Deswegen kenne ich die Region und habe mich besonders gefreut, als es hieß, in Biberthal wird eine Bürgermeisterin gesucht. Ich komme gerne hierher. Ich bin mit meinem Vater, der so kulturgeschichtlich ist,